So, wisst ihr, was das ist? Ihr würdet es nicht wiedererkennen, das ist eigentlich ein Rettich. Radieschen sind ähnlich, wenn sie aufblühen. Und dann machen sie diese Schoten. Und solange die noch grün sind, die frischen Schoten, lecker, haben etwas Scharfes, so ein bisschen vom Rettich oder vom Radieschen. Die Chinesen lassen ihre Radieschen, die lassen sie blühen. Und dann nehmen sie diese als Gemüse. Wunderbar mit im Wok in Gemüsesuppen und Gerichten. Also nicht gleich rausreißen, wenn die anfangen zu blühen. Erstmal sind sie eine Weide für Bienen und Schmetterlinge. Und dann, die hier schmecken lecker. Ja, ich wünsche, ich könnte das euch rüberwerfen, dass ihr es kosten könntet. Mmh.